Hallo, jetzt bin ich leider wieder alleine, der Fabian ist wieder weg. Vielleicht komm ich dann nachher nochmal wieder oder ich hol mir einfach jemand anders. Je nachdem wie viel Schiss ich jetzt habe. Und ich spiel einfach mal weiter. So. Ähm. Fabian hat die fiese Stelle von eben leider nicht geschafft. Wie ihr seht, muss ich, um an diesen Schlüssel zu kommen, äh, drei Sicherungen finden. Einer hat er gefunden, ist dabei leider gestorben. Ich weiß so ungefähr, wo er ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Typ da auf dem Hinweg schon ist. Okay, ich drücke die falschen Schmerzen. Hier ist natürlich zu. Hätte sein können, dass das ein potenzieller zweiter Fluchtweg ist. Wer weiß, wer weiß. Hier war so ein komischer Psychoraum mit einem. Der nicht ganz so koscher ist. Und wir wissen, dass da schon einer kommt und deshalb verstecke ich mich jetzt hier ganz schnell drunter. Und warte einfach mal. Eine Weile. Da ist schon einer. Wehe, der sieht mich jetzt. Das wäre ja... Das wäre ja jetzt schön. Hau ab. Bitte. Danke. Ich werde hier nochmal verstecken. Sicher, sicher. Der verkloppt einen leider ziemlich. Ich weiß auch nicht. Genau, da ist er ja. Gott. Das ist ja gemein. Ich muss da doch lang. Ich schalte ihn einfach mal aus. Ich sehe ja... Ein bisschen kann ich sehen. Ein bisschen. Kommt er jetzt... Patrouilliert er hier wieder rein? Meine Finger sehen so geil aus. Oh, guck mal. Er zieht ihn wenigstens ein bisschen aus dem Dreck. Wo patrouilliert der Typ lang? Jetzt ist er bestimmt genau um die Ecke. Nein. Wo war jetzt noch das Fenster? Da. Jetzt ist das Ding da ein, bitte. Danke. Schränke zu verstecken. Geil, geil. 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 Aber. Guck. Und wenn ich jetzt nicht nachlade, bin ich gleich, wenn der mir hinterherläuft, was er sicherlich gleich tun wird, bin ich voll am Arsch. Wenn ich jetzt nicht nachlade. Da liegt da mal eine schöne Batterie. Oh, fuck. Oh, ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Jetzt testen wir mal, ob die ganze ausgeht. Die Kamera. Oh, war er da gerade? Ich höre ihn doch. Macht meine Kamera vielleicht eklige Blitzsignale, wenn sie leer ist? Nee, ne? Da ist er. Oh, wie widerlich ist das? Er ist abgehauen. Jetzt kann ich hier ja schnell hin. Und... Ach, mach. Lauf. Da war eine Batterie, oder? Ja. Zwei sogar. Krass. Aber ich habe das Gefühl, so langsam sollte ich mich mal wieder verstecken. Bin ich jetzt etwa wieder in... Nee, ist ein anderer Raum. Ist zu? Na, noch ein bisschen. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Riesenfehler. Und ich habe mich hier voll eingesperrt. Oh, wollen die den Wallrider beschwören? Oder was ist los? Was habe ich für den Wäsche? Bitte sag mir, dass ich gerade diese Geräusche verursache. Ja. Okay. Da unten kann ich mich nicht verstecken. Das heißt, das ist völlig sinnlos, das Ding jetzt zu verschieben. Und ich habe mein Dings nicht gestellt. Mein Timer. Oh, ja, jetzt drück halt. So, wo ist... Das verdammte dritte Dings. Hier kam ich ja nicht durch. Da waren noch Batterien. Oh. Uncool. Hier kann ich mich ja nirgendwo... ...verstecken. Aber ich kann das zumachen. Und ich sehe nichts. Und ich sehe nichts. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Ich muss also irgendwie an dem vorbeikommen. Aha. Ich habe zwar immer noch so eine Minimal-Nachts-Sicht, aber nicht so krass. Okay. Ah, da ist er ja. Ach du Scheiße. Oh, das gefällt mir nicht. Bin ich hier sicher? Ich habe es jetzt mal nicht zugeschoben, weil ich das ja sonst ständig machen muss. Wie zum Geier soll ich da jetzt durchkommen? Der hat da gewartet, der Drecksack. Der hat da tatsächlich gewartet. Spring. Oh, war das scheiße. Und hier bin ich irgendwie nicht sicher. Ah, da ist noch einer. What the fuck? Aber der tut mir nichts. Hier sind Schränke. Dreh ich einfach nochmal ne Runde. Oh, war das scheiße. Da kannte ich mich... Waren hier Schränke? Ja, da waren Schränke, ne? Der sieht mich jetzt bestimmt nicht. So schnell... Oh, scheiße. Ha, ha, ha. Wo ist er denn? Hör auf! Hier rein zu laufen. Ha, 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 ha. Oh, das ist der Kerl. Oh, guck, wenn ich jetzt gleich wieder fliehe und dann nachlade. Nein, ich gehe auf Nummer sicher. Ich lade jetzt schon mal nach. Oh, warum shake der denn so rum? Was ist mit ihm los? Hallo? Wow, kriegt der keine Luft mehr oder was? Was ist denn hier los? Warum? Erdbeben? Nein! Nein, 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 nein Beistand. Ey, warum schickt er es so dumm rum? Hat er sich irgendwann... Was hat er denn? Hat er irgendwie... einen Nervenzusammenbruch? Oder ist das... Der Controller, der gerade so rumspackt? Ich kann ja schon mal... Ich weiß, der ist hier reingelaufen. Das ist vielleicht gerade dumm, was ich tue. Der macht ja nichts, der Typ, ne? Da liegt auch das dritte Ding. Läuft er mir jetzt? Kommt er mir jetzt? Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Lass mich einfach nur durch. Und hier lauf ich falsch. Und hier lauf ich falsch. Und ich möchte mich einfach nur schnell verstecken. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee, weil er genau... Nein, 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 nein. Du kriegst die Tür nicht auf, du kriegst die Tür nicht auf. Hau ab. Hau ab, sage ich. Schnell auf das Ding rein. So. Und was passiert jetzt? Jetzt muss ich laufen. Und mich nochmal irgendwo verstecken. Nein, 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 nein. Bitte nicht sterben. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen. Ich will das nicht nochmal machen. Oh, meine Kamera. Was ist los? Da war nichts zum Verstecken. Mach doch zu. Oh, siehst du? Genau deshalb sehe ich nichts. Nein, 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 nein dann an den Schlüssel, wenn der Typ nicht immer wäre. Dieser arschige kleine Es tut mir leid, wenn ich so rumquieke. Aber das ist gerade echt nicht schön. Das ist gerade echt nicht schön. Ist er da? Oh, nein, 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 nein Wie soll ich da vorbeikommen? Wie zum Henker soll ich da vorbeikommen? Jetzt steht er da bestimmt wieder vor der Tür. Nein, ist er da hinten jetzt? Nein. Ich leite jetzt schon mal nach, sonst tappe ich gleich im Dunkeln. Das geht nicht. Ja, 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 ja. Es ist doch scheiße. Könnt ihr euch jetzt bitte gegenseitig umbringen? Was? Och. Mann. Lauf schneller. Mann. Es ist doch ein Katzen. Christus, oh Gott. Warte, aber wenn der Akku leer ist von der Kamera Wow Hau ab Dann fängt die Kamera hier an zu piepen, oder? Dann hört er mich ja Theoretisch Genau so Hört er das? Das ist doch mal richtig scheiße Oh Ne Die Tür ist auch noch kaputt jetzt Ich glaube, es hackt Der verarscht mich doch Ich habe keine Lust mehr Ja, genau Ist mir jetzt egal Hau ab Lass mich in Ruhe Gib mir den Schlüssel Gib mir den Schlüssel Gib mir den Schlüssel Ach, der ist schon weg Ja Nein, ich hau jetzt ab Und zwar Irgendwo lang, wo es nicht lang geht Ach, der kommt mir hier nicht hinterher Ich muss schnell nachlaufen Oh Gott, gleich steht er Da, gleich steht er So, kurz Hier geht es nicht lang Kurz lang Ach Was habe ich jetzt für einen Schlüssel? Wo sehe ich das denn? Ah Was ist das für ein Geräusch? Okay, hier scheint er mir nicht hinterher gekommen zu sein So, was ist jetzt? Wäsche, Dings, Schlüssel, was? Wo ist das? Hier war ich ja Wer hört mich? Wer hört mich? Oh, ich muss Batterie sparen Hau ab Einfach verschwinden Oh, ich habe jetzt nicht aufgepasst Hä? Ist er wieder weggegangen? Ey, ohne Scheiß Ich habe gerade einmal geglinzelt Und weg war er Ohne Scheiß Nein Nein Einfach Put Ei Wofür war denn jetzt noch der Schlüssel? Ah, hier kann ich rüber. Aha, ich habe das ja eben nur im geduckten Zustand gesehen. Was ist das denn? Och komm, nur weil da so eine Hackenkarre drin steht. Kann ich das verschieben? Nein. Das gibt es doch nicht. Oh, ein Fahrrad. Hier? Ja. Habe ich jetzt einen Schlüssel dafür verwendet oder was? Oder warte, kamen wir hierher? Oh, was schaukelt da, ey? Das ist so grausig. Oh. Nö, komm. Das ist ja wie bei Dark Souls. Oh, zum Geil, da muss ich schlagen. Ah, der da ist ja lang. Hier. Da bin ich also so schön gestorben gerade. Ach ja, Hackenkarre. Oh, wie jetzt sind der? Wie jetzt sind... Da kann ich theoretisch lang. Aber vielleicht kann ich ja... Was für ein Schlüssel? Ich hab doch jetzt einen Schlüssel. Ohne Scheiß, ich hab doch jetzt einen Schlüssel. Ich guck nochmal. Ich will nur gucken, wo ich da gerade... Muss ich springen? Vielleicht? Kommen wir da her? Nee, gell? Okay, ich spring einfach mal. Das war schon mal nichts. Wie kommen wir hierher? Nee, ne? Oh, du hast mich nicht gesehen. Oh, du hast mich nicht gesehen. Nee, gehen wir woanders lang. Einfach mal woanders lang gehen. Oh, oh, oh. Geht gar nichts. Ah, Mann. widerlich muss ich da lang kann ich da lang natürlich nicht leider mich jetzt kann er sich vielleicht mal tut mir leid ich muss nachladen wenn ich auf der flucht bin dann muss das sein hier kann ich mich rein oder auch weil die hier sind toiletten waren wir hier schon jetzt aber schon ich geh da jetzt einfach genau hier waren wir noch nicht aber ich versuche jetzt einfach mal hier und lauter blinkendes zeug das heißt hier waren wir nicht die tür ist allerdings so ich kann nicht im kreis hier geht's hoch was ist hier so nichts geht's bitte hoch ohne irgendwo ich höre schritte aber woher oder sind es meine ja meine hier laufe ich im kreis gell ja äh danke spiel dass du erkennst wie trottelig ich mich anstelle nein ich wollte die tür daneben an aufmachen ob das spiel erkennt dass ich ein idiot bin und gibt mir ganz viele batterien ja schön für dich das tut mir gar nichts ne das tut mir überhaupt nichts wo bin ich denn hier jetzt schon wieder nichts aha zweiter stock äh okay aber jetzt ist er bestimmt nicht mehr so harmlos und jetzt weiß ich allerdings auch nicht mehr wo lang zweiter stock schlüssel nein da wo aufzüge sind und so ja ja wo waren die jetzt noch oh gott ich bin ich hab absolut keine ahnung da da ging es ja nicht hoch ne da ging es ja nicht hoch ne hier ist noch hier war der ganz komische Raum ist er jetzt böse? sieht das ganze aus oder? ah ist ja krasse ah shit 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 ah ah nicht runterfallen ist er jetzt weg? boah sieht so aus ne? äh Schlüssel für den zweiten stock wo komme ich denn da noch? ey ey kann ich da wieder hoch? oh man oder bin ich im hier muss ich doch nicht lang 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 rüberspringen naja ohne ohne komme ich hier nicht anlauf 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 ja ja genau so ungefähr so und jetzt kann ich hier doch das Schloss aufmachen bitte ja ja die Tür ist offen geil okay ähm wie lange habe ich noch? jo ungefähr ich habe ja vorhin vergessen mein Weckerchen anzustellen deshalb mache ich jetzt Schluss ist das auch ein guter Zeitpunkt? oh man ey aber ich komme voran es tut mir leid wenn ich echt orientierungslos bin so bin ich nun mal ähm so schlecht lief es doch gar nicht äh ich wurde nicht umgebracht der kleine Typ war aber echt gemein oder? wie der da auf einmal vor der Tür stand das ist doch das habe ich schon halt ich muss eine kleine Pause und dann geht es auch weiter für euch irgendwann bis dann das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja wenn das ist ja das kann man ja nicht mehr